hey und ho meine lieben freunde schön dass ihr wieder mit dabei seid hier ist wieder euer basti wir spielen heute gemeinsam das neue dlc von call of duty black ops 3 sehr sehr viele remakes zombie remakes von black ops 1 und black ops 2 und ich feiere es auf jeden fall total also ihr wisst der zombie modus ist natürlich so mein zu hause mein highlight und das sind komplett neue maps und die sind sowas von krank beziehungsweise das gab es ja schon damals wie gesagt es ist ein remake sagt das wort ja eigentlich schon von selbst jetzt werden die so ein bisschen aggressiv die kleinen freunde hier die werden jetzt ein bisschen aggressiv und ich bin direkt tot wenn ich jetzt einen fehler mache ja ok ich bin hier ein bisschen bisschen auf dampf gerade unterwegs ich brauche nur ein paar punkte noch wollte mir nicht so ein paar punkte schenken oder so ihr seid echt ein bisschen creepy leute ihr seid ein bisschen creepy klar gerade erst angefangen und schon ist hier mega die action oder das ist ja nicht mal das richtige perk was ne scheiße und ich mache hier voll den voll die aktion hier draus kommen bitte aber das eng was zum geier krass oh mein gott es war richtig eng mann 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 ja und das direkt zum anfang ja wie gesagt also black ops 3 das sind komplett die remakes von von damals sage ich mal aber ich habe die ganzen maps nie gespielt das heißt für mich ist es neuland und diesen extrem creepy also damals war der zombie modus noch wirklich ein überlebenskampf mittlerweile ist das ja eher so ein so ein fünf stunden epoch geworden wo man einfach unendlich überleben kann aber hier diese maps die sind wirklich extrem krass und moon sowieso also moon ist so eine map wir haben die im letzten live stream schon gespielt und ja das war auf jeden fall schon ein bisschen heftig weil hier gibt es so einen komischen typ und der ist wirklich ich mache mir so in die hosen wenn der kommt es nicht mehr normal der typ gemacht einem so eine angst das ey mann oh mann aber ihr werdet das gleich sehen also bei dem kriegt man wirklich richtig panik wenn er plötzlich hinter einem auftaucht oder vor einem oder egal also wenn er auftaucht dann dann wird es flüssig in der hose da ist das schon oh mann und der oh der ist der ist so brutal der typ der hat eine range das ist nicht mehr normal der typ hat so eine krasse range der kommt einfach überall an dich ran der hat so krasse arme und so das ist nicht normal der typ vor allen dingen er klaut dir deinen perk deine perks wenn er dich erwischt und der greift dich dann so richtig krass und das macht einfach richtig angst finde ich also der typ ist schon heftig ich habe gerade keine perks ich zeige euch das jetzt einmal ich habe richtig angst vor dem typen der taucht aber ganz plötzlich auf ich zeige euch das jetzt einmal das ist so krass oh mann alter schwede und fast tot ein schlag noch man ist weg das ist egal ob man jugger hat oder nicht meine hände sind auch gerade richtig hart am sweaten glaube ich der typ der nervt nämlich extrem okay aber wir versuchen einfach auf der map wir haben noch nichts rausgefunden ehrlich gesagt im live stream und deswegen seite quasi so mit in den startversuchen dabei jetzt mit dem video man kann ja noch irgendwie loswerden oh mein gott ich muss ein bisschen aufpassen ist kein jugger nichts hier schwerelosigkeit man ist nicht so agil wie jetzt auf einer normalen zombie map weil man wenn man hoch springt dann fliegt mal erstmal ein ganzes stück weit und wenn man denn wenn man den ja quasi weg schickt den dicken dann weiß ich nicht ob der jedes mal wieder stärker zurückkommt das wäre natürlich echt fatal das wäre genau das was wir nicht wollen weil der typ macht uns nämlich jetzt schon quasi ultra angst oh mann das nachgeladen ist ja auch wieder super hier das ist ja nochmal auf den dicken ja und jetzt ist er weg zack und jetzt hat er die ganzen zombies mitgenommen oder was ich weiß es nicht aber wir haben 6000 punkte das ist okay eigentlich wir lassen jetzt einen am leben so hat er ne der wird nicht schneller okay egal wir gehen einfach hier hallo wir gehen einfach mal weiter und oh mein gott kein flugschaden kriegen wir nicht okay wir gehen einfach mal hier durch hier runter durch die ganzen das haben wir im live stream schon gemacht also so map kenntnisse ja sind nicht wirklich da aber ich sag mal so im groben und ganzen was wir gesehen haben sowas kann ich mir ganz gut einprägen so hier die kuder hallöchen hallöchen dankeschön 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 ach hier geht es runter genau hier geht es runter so map kenntnisse gehen eigentlich mittlerweile schon hier ist der stromschalter den haben wir schon gefunden und hier haben wir gerade jetzt die kiste ich glaube da gehe ich auch einmal ran vielleicht kriege ich irgendeine gute waffe das wäre natürlich echt genial ernsthaft wieso wieso denke ich eigentlich jedes mal dass ich glück haben würde es passiert einfach nicht es wird nie passieren dass ich mal glück habe warum warum versuche ich jedes mal was ist das für eine waffe oh mein gott wirklich naja gut egal was soll ich jetzt machen ich kann es nicht ändern war geldverschwendung sorry bros jetzt versuchen wir erstmal zu überleben machen ein bisschen geld und dann geht es da oben weiter die waffe ist so unnötig das ist die größte platzverschwendung also bisschen aufpassen wie gesagt wie gesagt wir sind nicht so agil hier auf dieser map nicht sehr agil okay der ist weg der ist weg nein sag mir bitte dass ich da durchkomme dankeschön dankeschön sag mir bitte dass ich da auch durchkomme dankeschön okay wechsel mal die waffe wir gehen auf nummer sicher machen ein bisschen punkte hier und das ist natürlich jetzt super geil jetzt können wir natürlich hier ja genau hast recht bro hast recht einfach mal ein bisschen so wir gehen mal hier weiter 2500 punkte das reicht aber nicht weiter schade so jetzt sind wir hier in dem raum jetzt können wir noch einen raum aufkaufen und dann müssen wir wieder zurücklaufen da unten kommt gleich noch ein zombie so oh die dinger sind echt oh mein gott der geht noch in die luft die dinger sind echt brutal die dinger sind echt richtig krass also vor denen habe ich auch richtig respekt auf jeden fall die map allgemein ist echt super super schwer oh jetzt bin ich voll gegen das mikro gekommen weil ich genießen musste hat keiner gehört gell oh glück ey das wäre ja richtig peinlich gewesen jetzt na gut egal ähm ich brauche 1300 punkte fürs nächste für die nächste tür die waffe ist echt für den arsch die ist total für den arsch was ist das für ein ding ey wirklich wer hat sowas erfunden weil wir bleiben schön bei der kuh da dass die waffe in der hand habt nicht dass euch wundert so ja welche kuh ne 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 mal gucken wie lange wir es schaffen ich weiß es wirklich nicht ich bin echt super gespannt da oben beam schon die ganzen die ganzen hässlichen viecher rum da kommen jetzt bestimmt auch gleich überall diese beamer die beamenden viecher da oben kommen sie runter boah wie viele r ridden aber es ist tot r ridden r türk r ridden r ridden du r ridden Bro, du musst sterben. Ja, dankeschön, dankeschön. Das ist wirklich sehr nett, dass du gestorben bist, muss ich schon sagen. Das ist wirklich eine Freundlichkeit von dir. Sagt man das so? Nein, sagt man so nicht. Okay, 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 Bro. Mach einfach dir Augen zu, dann tut's auch nicht so weh. So. Ja, am Ende willst du mich auch erwischen. Also von daher, das wissen wir jetzt schon. Irgendwann ist der Zeitpunkt da, an dem ich auch sterben werde. Vielleicht sollten wir die Augen lieber zumachen, ich weiß es nicht. Okay. Gut, den lassen wir da liegen, den brauchen wir gerade echt gar nicht. Der ist total unnötig gerade. Da kann man nicht hoch. Ist doof. Das ist eine doofe Sache. Doof, 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 doof. Ich weiß halt nicht, wenn man da auf dieser Insel ist, mit diesem Pack punch da. Ich hab keine Ahnung, ob die Waffen dann da, ob die Zombies dann irgendwie von Gong zu Gong stärker wären oder was da passiert, weiß ich nicht. Okay, haben wir. Dann holen wir uns jetzt auch noch hier. Ja. Ja, wir haben keinen Nogger. Wir müssen definitiv aufpassen. Wir sind schneller tot, als wir tot sagen können. Okay, 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 Bro, okay. Okay, Bro. Richtig aggressiver Typ und so. Wir haben 3000 Punkte, wir können es eigentlich wagen, glaube ich. Hier laufen sogar noch ein paar. Oh, hier ist geil, hier brauchen wir keinen Raumanzug. Das ist echt super, das gefällt mir. Ich mag den nicht so. 2290 ist das... Oh, jetzt brauchen wir wieder. Jetzt brauchen wir definitiv wieder. Hier ist dritte Waffenpark und so. Wir haben doch gar keinen... Doch, wir haben Kaugummi schon gedroppt. Okay, wir haben Kaugummi schon gedroppt. Ja, da kommen sogar noch welche. Was ist denn hier los? Okay. Hier auch? Doch, tatsächlich, da kommen auch noch welche. Oh mein Gott. Oh. Oh. Mein Gott. War das knapp. Was zum Geier, ey. So, jetzt bitte Juggernaut. Das wäre wirklich super nett. Ja, dankeschön, 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 Bro. Finde ich sehr nett, wirklich. Finde ich sehr nett, auf jeden Fall. Dankeschön. Oder vielleicht werden die jedes Mal brutaler, wenn man hierher kommt. Ich weiß es nicht. Also, wir können jetzt rein theoretisch sogar hier bleiben. So, wie es aussieht. Aber unsere Munition wird halt irgendwann sauknapp. Jetzt ist wieder irgendwas passiert. Ich habe keine Ahnung. Kann man einfach hier bleiben? Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass wir jetzt jeden Moment hier einfach sterben, weil irgendwas passiert, was komisch ist. Habe ich öfter mal auf der Map hier. Ach, jetzt kommen wieder mehr, oder was? Nö, oder? Doch. Nö. 2700. So, schmeißen wir da mal eine Grenade dagegen. Okay, das hat gar nichts gebracht. Okay, komm, wir gehen hier weg und gucken mal, dass wir wieder auf die Map kommen. Okay. Wir sind wieder zurück. Auf der Map. Ohne Munition, ohne alles. Das ist wirklich nicht gut. Das heißt, wir laufen erstmal hier den Gang runter, so schnell es geht. Und gucken, dass wir wieder zur Kuda kommen. Das neue Runde? Nee. Okay, hier geht es runter. Ja, ich habe es mir gemerkt. Das ist hier. Genau. Was brauchen wir noch für Perks? Ich war wirklich schon ziemlich am Ende. Kann man auf Mun irgendwie einen Gratis-Perk kriegen oder so? Ich weiß es nicht. Mehr als vier Perks? Das wäre natürlich heavy, heavy, heavy krass. Das neue Runde? Ich habe keine Ahnung. Ich peile gerade wieder mal nichts. Bisschen verpeilt. In letzter Zeit ist es total schlimm. Also, so die letzten zwei Wochen so, bin ich echt total verpeilt. Das ist nicht mehr normal. Es ist irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie ist der Wurm drin. Haha, haha, der Wurm. Okay, wir können den Raumanzug wegmachen. Was passiert denn hier? Irgendwas klappert hier doch total. Okay, 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 bros. Alles gut, alles gut. Wir laufen hier einfach nur durch. Ah, diese hässlichen Krabbler. Die sind echt ekelhaft auf dem Boden da. Okay. Okay. So. Ja, das sieht doch gut aus. Also, momentan leben wir. Wir haben Juggernaut, wir haben Doppelfeuer. Jetzt wäre natürlich noch Speedcola. Wäre so ein kleiner Luxus, den ich mir noch gönnen würde gerne. Ich weiß nicht, ob ich noch Widow's Wine gönne. Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oder ob ich mir auch eine Waffe aus der Kiste gönne. Das ist auch die nächste Frage. Ich weiß es nicht. Das werden wir spontan entscheiden, wahrscheinlich. Aber so in diesem komischen Garten hier lässt sich eigentlich ganz gut spielen, muss ich sagen. Also, jetzt können wir vorne noch die Tür... Wobei, die Tür ist ja offen, oder? Ja. Okay, okay. Hallihallo, meine lieben Freunde. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Okay. Munition ist wirklich eng. Hast du dir so gedacht, mein kleiner Freund, ha? Wenn ich jetzt hier durchlaufe... Okay, jetzt bin ich draußen. Ah, das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich muss den Schutzanzug aufziehen. Jetzt bin ich gleich tot. Wir wollen nicht sterben. Ich will nur weiterleben. Ich bin doch so jung. Ja, okay. Es geht. So jung auch wieder nicht. So, jetzt können wir hier durch. Jetzt können wir uns hier neue Munition holen. Das ist eigentlich optimal. Die Waffe könnte man definitiv verbessern. Das wäre nicht verkehrt. Die Frage ist, ob das das Geld mäßig lohnt. Also, so viel Munition haben wir jetzt ja wirklich auch nicht mit der Waffe. Die ist ziemlich schnell leer. Oh, was mache ich denn? Okay. 4.030 Punkte. Okay. Wir brauchen erst mal ein paar Perks, würde ich sagen, wirklich. Ich weiß nicht, ob Widow... Oder ob Deadshot vielleicht eher... Ich sag mal, Deadshot ist jetzt natürlich Munitionssparend. Dann würden wir quasi auf Geld gehen. Und Widow ist eher... Überlebensmäßig vom Vorteil. Was passiert hier? Moment mal. Kann ich jetzt hier nicht mehr mit... Ach. Jetzt muss ich hier einen Schutzanzug plötzlich doch tragen. Okay. War der Stein hier eben schon? Hä? War der Stein eben schon da? Nee, oder? Hä? Bin ich jetzt blöd? Krass. Krass, was geht denn da ab? Widow, Widow, Widow. Habe ich mal Widow? Habe ich mir das Widow-Perk? Na ja, komm. Wir gönnen uns das Widow-Perk. Dieses Gebräu macht die Sinne etwas zerfasert. Ich brauche Munition! Schreiner! Okay. Wir gehen uns mal neue Munition holen. Wir brauchen auf jeden Fall noch schneller nachladen. Egal wie. Das ist mein Perk. Ohne schneller nachladen geht hier gar nichts. Oh mein Gott! Oh! Mann! Schock meines Lebens, Alter. Dieser Typ ist nicht mehr... Oh! Wenn ich bei dem in der Nähe bin, ich kann es nicht abhaben, ey. Geh weg! Boah. Boah, Schock meines Lebens, Mann. Okay. Aber wir haben es. Und wir leben noch. Oh! Das ist zum Geier. Das war irgendwie... nicht gut. Vielleicht... Ah, jetzt... Ah, wir haben das noch nie gemacht hier während... Hier war noch nie Schwerelosigkeit. Vielleicht muss ich in der Schwerelosigkeit da irgendwo hoch. Vielleicht ist jetzt hier irgendwo ein Teil oder sowas. Das wäre natürlich interessant. Wir probieren es mal. Also hier ist auf jeden Fall ein extra. What the fail! Okay, der ist down. So, jetzt gehen wir mal weiter. Wir gehen mal... Wir gehen mal wieder in diesen Pack-a-Punch-Gedönster. Hui! Okay. Ich weiß nicht, ob der wieder geht. Müsste eigentlich, oder? Ja. Ist ja geil. Muss man nicht mal was aktivieren oder so. So, jetzt bitte schneller nachladen. Es wäre optimal. Es wäre ein Traum. Es wäre ein richtiger Traum. Oh, Alter! Wir haben einfach... Wir haben einfach die Traumrunde gerade. Ja, die werden jetzt... Die sind jetzt schon ziemlich aggressiv, muss man sagen. Also... Ich habe keine Ahnung. Kann man jetzt nicht hierbleiben? Weggecheckt einfach. Mir doch egal, Junge. Ich komme vom Acker. Boah, das gibt richtig Punkte. Krass. Nice. Wir können auch hier... Wir können jetzt noch das Ding aktivieren. Äh, bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Ja. Ich bin tatsächlich dran vorbeigelaufen. Und dritte Waffenperk. Oh, da können wir sogar noch eine Waffe tragen. Sehr nice. Okay, jetzt habe ich keine Granaten mehr, um mich zu safen. Oh mein Gott, das wird eng. Okay, ich weiß nicht, was passiert bei diesem Getute. Ich will nicht auf keinen Fall sterben oder so. Das wäre echt richtig bitter. Ich gehe mal meine Waffe hier reinmachen. Komm schon, gib her, gib her. Jawohl, jetzt haben wir wenigstens eine gepanschte Waffe schon mal. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt... Okay, jetzt spawnen die bestimmt in richtigen Massen hier neu. Ja, okay, wir gehen mal wieder zurück, glaube ich, so langsam. Okay, wir sind wieder zurück. Sehr schön. Kann man hier jetzt irgendwas drücken? Weil wir haben jetzt ja quasi da unten irgendwas aktiviert mit Strom. Und jetzt haben wir hier Gräberstationen nicht aktiv, okay. Wie kann man die Gräberstationen aktivieren? Das ist die Frage. Das ist die nächste Frage. Also wir können uns erstmal noch eine Waffe gönnen. Das steht schon mal fest. Äh, habe ich hier noch nicht aufgekauft? Okay. Boah, hier ist richtig eng. Die Map ist so eng, das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer, wie eng diese Map ist, ey. Geh mir in den Kaugummi, egal was ist das. Komm, schnell weg damit. Ich konnte mir keine Munition kaufen gehen. Hier ist die Kiste. Geh ich an die Kiste? Ja, jetzt bestimmt nicht. Ich bin doch nicht lebensmüde. Was ist hier? Kann ich hier jetzt aktivieren? Nein. Also irgendwas tut sich hier auf jeden Fall. Phase 12, sagt er. Jetzt kommt Phase 12. Was heißt das bitte? Kannst du vielleicht Deutsch reden und nicht so ein komisches Scheißfachchinesisch, was kein Mensch versteht? Oh mein Gott, wir müssen weiter. Ja, sein Gesicht, seine Beleidigung. Definitiv. Das sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wen er meint und was er meint, aber das ist auch egal. Kann man hier irgendwas machen? Nein, nein, nein. Hm. Okay. Okay. Ist hier jetzt immer noch schwere Losigkeit? Ich habe keine Ahnung. Sieht so aus, gell? Also wenn ich absetze. Ja. Wie kriege ich das wieder hin, dass hier wieder, was hier wieder normal ist? Das ist die Frage. Hm. Und ich kann mir noch eine Waffe kaufen, haben wir gesagt. Das ist natürlich wichtig, auf jeden Fall. Und ich weiß auch schon, welche ich mir kaufen werde. Aber ihr wisst das nicht. Aber ihr werdet es gleich erfahren. Ich weiß noch nicht genau, was das für eine ist. Deswegen. Okay. Jetzt kann man quasi nicht rein. Der bläht jetzt auf oder so wahrscheinlich. Keine Ahnung. Was? Hier war nichts. Okay. Wo war denn das? Hä? Wo war denn das? Bin ich jetzt blöd? Ach, da hinten doch. Da war es doch sogar. Habe ich da nicht eben hingeguckt? Ich weiß es nicht. Da hinten hängt die Wandwaffe. Ach, ich glaube, das ist die KN. Ja, das ist natürlich sehr geil. Oh mein Gott, ey. Voll risky, was ich hier mache. Risikoreich. Da hinten ist die Kiste. Okay, krass. Ach, okay. Eine Runde muss man nur warten, oder wie? Also so habe ich es jetzt, würde ich sagen. Ich glaube, man muss eine Runde warten. Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, wir haben jetzt eine Runde gewartet. Und ich schätze einfach mal, dass wir halt, ja, dass man halt eine Runde warten muss, halt, bis man wieder, bis man wieder an die Kiste kann. Äh, an die Kiste. Also in, an Pack of Punch oder wie auch immer man das nennen möchte. In den hohen Runden ist es natürlich dann kriminell, wenn man dann, oh mein Gott, okay, danke, danke, danke. Ja, machen wir doch. Wir machen noch eine Runde auf der anderen Seite hier. Tschui! Ich weiß nicht, was es bringt. Wohin? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich irgendwas abschießen. Habe ich auch schon überlegt. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich wüsste nicht, was ich da abschießen soll. Ja, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Definitiv. Okay. Oh mein Gott, das war nicht so gut. Ah, doch, geht. War noch im grünen Bereich. Munition liegt da. Okay, danke. Danke. Ah, ah, ah. Okay, danke. Huh, knapp. Okay. Insta-Kill. Das ist auch sehr gut. Können wir richtig gut abmessern jetzt. Könnte ich, hallo? So, jetzt. Aber das ist schon mal gut. Ich habe ja gedacht, die Pyramide wäre für den Pack of Punch. Das heißt, die Pyramide muss doch irgendwie für was anderes sein. Die Pyramide muss dann ja wohl doch für irgendwas anderes sein. Sieht gut aus momentan. 16.000 Punkte. Wir können wieder zurück. Wir gehen punchen. Ich würde sagen, wir punchen auf jeden Fall so, dass wir die KN und die Pfähler auf einem starken Niveau haben, sage ich mal. Also mit einem guten Extra vielleicht. Das wäre super, wenn wir das schaffen würden. Vielleicht mit Inferno und tote Leitung oder so. Müssen wir mal gucken jetzt. Ich gehe jetzt direkt mal da dran. Und hier packen wir erstmal ein Extra drauf. Oh Mann, die sind jetzt natürlich super aggressiv. Ihr habt es ja vorhin gesehen, wie aggressiv die werden. Donnerwand. Donnerwand ist okay. Das finde ich sehr gut. Donnerwand mag ich. So, jetzt müssen wir natürlich die KN nochmal reinmachen. Wir warten jetzt ein bisschen ab. Wir ballern die KN auch nochmal leer dann. Ja, Stammon-Up wäre natürlich noch so ein Perk, was ich echt auf dieser Map hier feiern würde bis zum Gehtnichtmehr. Das gibt es sogar auf der Map, fällt mir gerade auf. Stammon-Up gibt es auf der Map. Stammon-Up gibt es sogar auf der Map, fällt mir gerade ein. Ich weiß aber nicht genau, wo. Das Ding ist aber, wie kommen wir da... Also wir haben ja schon so viele Perks. Wie würden wir das kriegen? Das ist die andere Sache. Ob man hier mehr als vier Perks tragen kann, äh, bekommen kann. Ob man hier Gratis-Perks bekommen kann und so weiter. und so fort, das weiß ich halt nicht. So, jetzt haben wir keine Grenades mehr. Oh, Stammon-Up wäre echt super, ey. Wirklich, das würde ich hart feiern. So, wir aktivieren mal den Kaugummi und gehen mal ganz schnell hier unsere Waffe da reinballern. Hä? Oh, ich dachte schon, die rennen immer noch zu uns. Was? Nochmal. Und nochmal Kaugummi, komm. Gib mir meine Waffe wieder. Feuerwerk? Feuerwerk? Nee. Komm schon, mach Inferno drauf, bitte. Mutiert? Na gut, mutiert ist... Mutiert ist schon mal ein Anfang. Wir packen die Waffe nochmal rein. Okay, komm, komm, gib her, gib her. Feuerwerk wieder. Ah, ist nicht gut. Das mag ich nicht. Vor allem, also nicht auf dem Sturmgewehr jedenfalls. Normalerweise schon, aber auf dem Sturmgewehr mag ich es nicht so. Wir gehen nochmal reinmachen. Hä, sind keine Zombies mehr übrig? Ah doch, die spawnen jetzt neu. Mutiert schon wieder. Weiß nicht, warum immer mutiert sein muss. Ich mag das nicht. So, wir machen die nochmal rein. Weiß nicht, wie oft wir die jetzt schon reinkommen. Oh Mann, meine Waffe verschwindet. Komm schon, gib her. Oh Mann, das ist richtig risikoreich, was ich hier mache. Tote Leitung. Na gut, wir lassen tote Leitung erstmal drauf, würde ich sagen. Tote Leitung ist okay. Okay, alles klar. Huh. Gut. Wir gehen hier runter. Tote Leitung haben wir jetzt drauf. Na gut, das ist okay für den Anfang. Donnerwand ist sehr gut, mag ich auf jeden Fall sehr. Wir sind erst Runde 12, okay. Ähm. Ja, ich will gucken, dass ich irgendwie Stammon abbekomme, auf jeden Fall. Das wäre mir sehr wichtig. Oh fuck, das war die letzte, das war der letzte. Es war nicht geplant, dass ich den letzten töte. Gehen wir wieder da runter. Oh, hier ist ein Kaugummi, das ist gut. Komm, Kaugummi, schnell. Wir droppen schnell ein. Anästhesie. Okay, dann kriegen wir neu. Oh, da können wir nicht lang anscheinend. Oh, krass. Was geht denn hier ab? Oh. Was geht denn ab? Ich kann da nicht durch. Was zum Geier? Wieso kann ich da nicht lang? Oh, krass. Wo gehe ich denn jetzt lang? Oder wo gehe ich denn jetzt hin, ist die Frage. Jetzt kann ich die andere Seite vielleicht mal aufkaufen. Vielleicht gehe ich jetzt einfach mal, doch, vielleicht gehe ich jetzt einfach mal hier lang. Vielleicht kann ich hier noch lang? Ich hoffe es doch. Bitte. Hier ist auf jeden Fall auch, ähm, Stemmen Up, aber kann ich mir nicht kaufen. Oh, Donnerwand ist wirklich sehr cool. Donnerwand ist echt perfekt. Ich liebe Donnerwand. Gibt es hier vielleicht eine Wunderwaffe, eine geile? Oh mein Gott. Ey, hätte ich, wäre ich nicht an die Kiste gegangen. Boah, man ist so schnell tot auf dieser Map. Wow, ist echt krass. Aber wir haben, wir haben irgendwie, also ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, dass dieser Riesenventilator oder was auch immer, das Tunnelgräber vielleicht, Tunnelgräber könnte ich mir vorstellen, wir sind ja auf dem Mond. Ich weiß nicht, wie, das sieht auch so aus, da hinten im Hintergrund gerade. Äh, boah, das ist ja richtig extrem, Mann, ist ja richtig extrem schwer, die Map. Es ist also ultra krass auf jeden Fall. Ähm, aber wir haben immerhin schon ein paar Sachen hingekriegt und ich würde sagen, wir probieren das einfach beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, auch wenn wir nicht ganz so weit gekommen sind. Und, ähm, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt, let's play Call of Duty Black Ops 3 Zombie-Modus. Bis dahin, euer Basti. Tschau. Tschau.